Herzlich Willkommen in unserer Klangvilla. Heute beim HiFi Deep Dive haben wir die ARCAM Lusiva AVR 11, 21 und 31 mit die RAG-Einmessung. Was das bringt, schauen wir uns genauer an. ARCAM Surround Receiver, das ist nicht die erste Generation, sondern schon die zweite an hervorragenden Receivern, die die RAG-Einmessung haben. Da wollen wir auch nachher mal genauer darauf eingehen, was das eigentlich ist und was die Vorteile sind an der ganzen Geschichte. Von diesen Receivern gibt es drei Modelle, die wir hier testen. Das ist der AVR 11, der AVR 21 und der AVR 31 und die unterscheiden sich in einigen technischen Features. Der AVR 11 und der AVR 21 haben vor allen Dingen eine unterschiedliche Leistungsausbeute. Der AVR stemmt an 8 Ohm im Zweikanalbetrieb so 80 Watt Sinus, der andere schon 20 Watt mehr. Das ist dann ganz amtlich bei voller Auslastung auf allen sieben Kanälen, die die zur Verfügung stellen hier an Endstufen, sind das dann bei dem 11er vielleicht noch so um die 60 Watt, bei dem anderen um die 80 Watt. Das Topmodell der 31er hat dann schon ein paar Dinge mehr in der Endstufe verbaut, nämlich die legendären Class-G-Endstufen von Arkham, eine Eigenentwicklung, die darauf basiert, dass ich eine unterschiedliche Stromzufuhr habe auf die Endstufen, sodass hier wirklich die maximale Leistung rauskommt. Der schiebt sich dann auch noch weiter hoch, hat dann 110, 120 Watt an 8 Ohm, echte im Zweikanalbetrieb. Das ist also schon ganz schön amtlich. Sowieso zeichnet sich Arkham ja dadurch aus, dass sie in den Receivern quasi echte Endstufen und keine Class-D-Module einbauen. Das möchte ich mir auch nachher anhören, auch im Stereo-Bereich, womit Arkham hier auch wirbt und Arkham ja auch eine große Historie hat, wie gut die Geräte da klingen. Zu den Ausstattungsfeatures komme ich nachher noch genauer drauf zu sprechen. Das ist umfangreich, aber vielleicht nicht so umfangreich, wie man das von vielen Geräten der Mitbewerber gewohnt ist. Da haben Marans, Denon, Yamaha, also deutlich mehr Features drin, aber Arkham macht mit Absicht die Geräte sehr basic, fast schon wie ein High-End-Zweikanalverstärker, nur eben in Surround. Aber die wichtigsten Sachen sind mit an Bord. Das Gerät kann streamen, ich kann mit Airplay, mit Bluetooth drauf zugreifen. Das werde ich nachher noch mal ganz genau erläutern. Insgesamt schön verarbeitet und Arkham folgt ja einer großen Historie in der Hi-Fi-Geschichte. Arkham ist eins der englischen Produkte, mit denen dieser Ruf aus England auch bekannt geworden ist. Arkham baut seit 1972 in Cambridge diese Hi-Fi-Komponenten, alles angefangen mit dem 60er-Vollverstärker. Aber später wurde Arkham zum Vollsortimenter, hat in den 90er-Jahren echt Furore gemacht mit separaten CD-Laufwerks-Wandler-Kombinationen, die wirklich gut waren. Also so eine Arkham-Blackbox als Wandler war schon echt eine Nummer für sich und klanglich ganz, ganz fein abgeschmeckt, also sehr sauber, sehr musikalisch das Ganze. Und die Linie hat Arkham eigentlich nie verlassen, zum Glück muss ich sagen. Und das beglückt jetzt auch den Mehrkanalfreund, der daran fünf, sieben oder sogar noch mehr Kanäle betreiben will, um richtig Spaß zu haben an Film und Musik. Die Geräte sind alle schwarz, sie gibt es auch nur in schwarz, mit dem silbernen Regler und dieser Tastenleiste unten dran. Das ist relativ schlicht, simpel und vor allen Dingen auch zeitlos und zeigt eigentlich auch den Charakter des Gerätes. Der will Musik machen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das Gerät das so veranstaltet. Also von der Technik eingebaut für den Mehrkanalbetrieb sind verschiedene Formate, unter anderem eben auch Dolby Atmos und Auro 3D. Sehr schöne Tonformate, wie ich finde, weil sie auch Musik in wirklich außerordentlicher Güte wiedergeben. Alle anderen Abstufungen nach unten über DTS X und alle Dolby Digitalsachen werden natürlich auch abgespielt. Aber das mit dem Atmos und dem Auro finde ich durchaus erwähnenswert, weil es seit vielen, vielen Jahren eine große Fangemeinde gibt, die eben auch Musik darüber hört. Ich muss aber auch sagen, wenn ich hier bei uns im Kino eine Wiedergabe mache von einem klassischen Orchester und das Ganze kommt auf Dolby Atmos, das ist schon wirklich sehr beeindruckend, weil man denkt wirklich, man ist im Konzertsaal und das sollte hier ja auch das Ziel sein. Streaming haben wir hier alle Möglichkeiten eingebaut. Erstmal kann ich mit WLAN oder mit einem festen Netzwerkkabel auf das Gerät zugreifen. Wir sind WLAN-Antennen zuhauf, verbaut eine davon ist Bluetooth, wie ich auch in das Gerät reinkomme. Aber das ganze Streaming funktioniert hervorragend und Tidal und Spotify sind auch in der App mit drin als Connect. Dazu habe ich einen UPnP-Streamer, kann also auf alle Daten im Rechner zugreifen und habe natürlich auch alle Radioarten hier drin. Also auch der Radiohörer wird hier berücksichtigt mit DAB, mit normalem UKW. Ich kann also rein theoretisch hier eine Wurfantenne ranmachen und schon empfangen, genauso wie mit DAB, ist ja auch terrestrisch, aber auch Digitalradio ist hier mit an Bord. Bluetooth, APTX kann ich direkt vom Handy draufspielen, mal für den schnellen Bedarf. Dann habe ich 7 HDMI-Eingänge und auch 2 bis 3 Ausgänge mit EARC, wo ich den Fernseher dann quasi auch in der Lautstärke direkt über die Anlage steuern kann. Das ist alles sehr praktisch ausgelegt. Ich habe auch einen Haufen analoger Eingänge, wo ich normale analoge Zuspieler wie CD-Spieler mit einem Wandler drin, den ich vielleicht noch habe, ein Phonoteil für einen Plattenspieler und so weiter anschließen kann. Ich habe normale Digitaleingänge, optisch und koaxial, wo ich auch bisherige Komponenten, zum Beispiel ältere Apple-TVs oder überhaupt Fernseh-Receiver, die meistens eben nur optische Digitalausgänge haben, die kann ich hierüber auch noch wandeln. Das ist also richtiggehend eine Schaltzentrale. Und wenn ich das Gerät noch erweitern möchte, die kleinen, der AVR11 kann 12 Kanäle auseinanderdröseln und die beiden größeren Modelle sogar 16. Also ich kann eine Herrscher von Lautsprechern anschließen, für die ich dann aber auch noch eine separate Endstufe brauche, in Mehrkanal- oder mehrere Stereo-Endstufen. Dafür hat das Gerät auch die entsprechenden Ausgänge, genauso wie USB für Updates oder eben auch für den Zusammenschluss mit der Einmessung. Da bleiben keine Wünsche offen, zumindest nicht in dem absolut, meines Erachtens nach, absolut sinnvollen Bereich. Kommen wir nochmal auf die Klangtechnik des Gerätes zu sprechen. Wie gesagt, ich hatte versprochen, mir das im Stereo-Bereich neben der Heimkino-Wiedergabe, die ich ja nun hier schwer übermitteln kann, mir das mal anzuhören, wo wirklich die audiophilen Qualitäten des Gerätes liegen. ACAM ist einer der ganz wenigen Hersteller, die bei so einem aufwendigen Mehrkanalgerät mit so vielen Prozessoren drin tatsächlich klassische Endstufen einsetzt. Und das finde ich hervorragend und das äußert sich auch dementsprechend im Klang mit dem richtigen Trafo und den Endstufen dazu, die im AB-Betrieb arbeiten. Bei dem größten Modell kommt die ACAM eigene Klass-G-Technik zum Einsatz. Da arbeiten die Endstufen wie ein Klass-A-Verstärker, auch was die Stromversorgung angeht. Erst wenn ich so richtig Leistung abverlange, dann wird die große Stromzufuhr aufgemacht und das ganze Gerät geht in den B-Bereich über. Das mag zwar in anderen Konstruktionen, sagen wir mal, technisch ähnlich aussehen, ist hier aber völlig anders umgesetzt, sodass ich wirklich einen echten Klass-A-Betrieb auch erreiche bis zu einer gewissen Lautstärke und da klingt das dann schon ganz wunderbar. Eine weitere Besonderheit für so einen Surround-Receiver sind die eingebauten Wandler. Das sind ESS 9026 Pro Wandler und zwar zwei davon. So einen Zabre-Wandler, den kann ich in unterschiedlichsten Arten und Weisen ansteuern. Ich kann rein zwei Kanalwandler draus machen, ich kann mehr Kanalwandler draus machen und dann auch noch eine entsprechende Stromversorgung da anlegen. Und die haben hier eben die ESS-Referenzstromversorgung. Da wird quasi das Maximum auf diesen Wandler gegeben, um die ultimative Dynamik da auch rauszukitzeln. Dazu ist das Gerät MQA-fähig, wenn ich jetzt solche aufgelösten Dateien spielen möchte und auch für die Streaming-Fans komplett rune-fähig. Das heißt, ich kann das auch an den Room-Server integrieren. Also schon einiges Los-Kopfhörerverstärker ist mit drin. Das heißt, ich kann direkt Kopfhörer vorne anschließen und ich habe vorne auch noch eine Buchse, wo ich auch ältere Analoggeräte direkt über den Klinkenstecker hier verbinden kann. Die gesamte Auswahl und die Menüstruktur ist eigentlich relativ übersichtlich. Man kann die Eingänge konfigurieren, durchschalten. Man hat natürlich ein komplettes Programm, um das Lautsprecher-Setup zu konfigurieren, um dann zum wesentlichen Punkt zu kommen, nämlich zu der Dirac-Einmessung. Ich erkläre kurz mal die Basis davon. Es gibt ja verschiedene Einmesssysteme auf dem Markt, denn das bekannteste ist Odyssey. Das ist in den meisten Marans und Denon-Verstärkern drin. Ist im Receiver integriert, ist relativ einfach zu nutzen. Ich stelle mein Mikrofon auf, drücke auf Go und das Gerät misst sich quasi von selber ein. Was ich damit nicht habe, ich habe nur einen begrenzten Einfluss auf meine Raumkorrektur. Also wenn ich Probleme habe im Raum, Bassresonanzen, zu wenig, zu viele Höhen. Das wird zwar ansatzweise mit in die Messung einbezogen, führt aber nicht zu einer komplett durchgängigen, ultimativen Korrektur in allen Frequenzbereichen. Dazu habe ich bei Dirac die Möglichkeit, manuell wirklich am Klangbild was zu drehen, so wie mir das gefällt. Oder um das abseits jeder automatisierten Messtechnik auch noch zu personalisieren, das Ganze. Das System funktioniert relativ einfach. Sie stellen genauso wie bei den anderen Surround Receivern das Messmikrofon in den Raum, messen aber nicht am Receiver selber, sondern Sie nehmen eine externe Software, die Sie auf Ihren Laptop, aufs PC eben aufspielen und führen dort diese Messung durch. Die Messung hat dann ein entsprechendes Ergebnis. Und dann kann ich noch Einfluss nehmen und das immer weiter optimieren, das Ganze bis hin zu quasi so einem Expertenmodus, wo ich wirklich einzelne Frequenzbereiche mir vorknöpfen kann, um da nochmal mehr oder weniger reinzugeben. Funktioniert schnell und einfach, wenn man dann mal die Software installiert hat. Die Software ist kostenlos, lässt sich direkt auf der ARCAM-Seite runterladen, konkret für diese Geräteserie. Das finden Sie sehr schnell. Und dann wird das über das Netzwerk an den Receiver übertragen. Und das Gute ist, der hat ja mehrere Eingänge, an denen ich Blu-Ray-Player, CD-Spieler, vielleicht auch noch andere Zuspieler, vielleicht habe ich noch eine Xbox oder eine Playstation oder ein Fernsehgerät oder was auch immer ich da reinmache. Ich kann pro Quelle im Grunde genommen eine Messung machen oder auch für grundsätzlich unterschiedliche Musiken und Filme eine Messung machen und die einem Eingang zuordnen. Also ich kann sagen, HDMI-Eingang 5, der ist nur für Hip-Hop-Filme gemacht und macht einen riesigen Bassdruck. Und auf einem anderen Kanal habe ich vielleicht auf super High-End-Niveau eher so ein Klassik-Programm, was ich auch als solches eingemessen habe. Das macht also schon einen erheblichen Vorteil. Also bei uns zum Beispiel, man muss das ja auch nicht selber machen. Wenn wir so einen Receiver ausliefern, dann machen wir das vor Ort, setten das Gerät. Als Kunde können Sie das dann einfach unsimpel bedienen, das, was dabei rausgekommen ist. Aber es ist auch nicht zu schwer, man muss es eben nur einmal machen. Also wir hören von Sohn Tremors, sehr schönes Stück. Und das hören wir hier angeschlossen an den ARCAM AVR 11, also den kleinsten von den drei Modellen. Optisch sind die ja alle gleich. Eine KEF Reference 3 Meter, sehr schöner Lautsprecher. Gibt es auch in tollen Farben, haben wir auch schon einen Film gemacht. Blenden wir hier mal kurz ein und dann hören wir. Ja, sehr schön. Ich bin überrascht. Vor allen Dingen nach unserer Dirac-Einmessung haben wir hier im Raum auch überhaupt kein Problem. Und das spielt mit einem Schub und obenrum extrem sanft und sehr schön abgebildet. Hier spielen wir von Siris Valle Band, was ganz jassig ist. Legendäre Aufnahme bin ich damals nur durch zufällige Umstände zugekommen. Heute immer noch ein klasse Stück. Don't Explain Ja, spielt wirklich gut. Unglaubliche Fülle obenrum bei der Stimme. Sehr schön. Das beginnt ja mit diesem Basslaufspiel mit zwei Kontrabässen. Wie an der Schnur gezogen. Äußerst sauber. Macht richtig Spaß. Und das ist der Kleinste von der Leistung. Ja, jetzt noch was Klassisches. Zauberflöte. Zauberflöte. Mozart Karl Böhm. Aus den 60er Jahren. Eine legendäre Aufnahme. Denn die Königin der Nacht wird gesungen von Roberta Peters. Die hat das nicht lange gemacht, aber sie war die, die die Arie, die Hölle, Hölle Rache kochte, in meinem Herzen wirklich sowas von unfassbar gesungen hat. Legen wir mal los. Das ist interessant, weil das ist eine deutsche Grammophon-Aufnahme von damals. Die waren alle so ein bisschen, die waren sauber, sehr mittig, aber nicht besonders vollmundig. Also kann es eine Decke oder eine RCA aus der gleichen Zeit, die sind so voluminös und ratazogen. Das war bei der deutsche Grammophon nicht so. Und deswegen ist es da wichtig, dass das Gerät unabhängig seiner digitalen Geschichten ein gewisses Volumen erzeugt. Und Druck auch in den oberen Lagen. Und das macht er. Das macht Spaß. Das ist überraschend gut. Ja, für mich aus dem High-End-Bereich des Musikhörens kommend, ist der Klang eigentlich, steht maximal im Vordergrund. Und deswegen haben wir uns das Gerät ja auch intensiv angehört. Wir haben ja auch mal zwei Stücke mit reingenommen. Immer sorry, dass wir hier in dem Film die Musik nicht länger spielen. Da ist bei 15 Sekunden Schluss, sonst kriegen wir hier Urheberrechtsprobleme und können gar keine Musik mehr spielen. Deswegen ist es doch schön, wenn man hier auch gleich nochmal einen Musiktipp nehmen kann. Also ARKAM hat das, was sie versprechen, wahrgemacht. Das Gerät klingt wie ein Hi-Fi-Verstärker. Da gibt es schon erhebliche Unterschiede. Also wir waren von den ersten Zeiten von Heimkino und Mehrkanalwiedergabe mit dabei. Ich habe wirklich bei Prologic angefangen. Prologic heißt, ich habe vorne was auf den Hauptlautsprecher und hinten eigentlich den Frequenzgang wie ein Telefonhörer. So hat das Ganze angefangen, eigentlich nur über Effekte. Und so hat sich das über die Jahrzehnte inzwischen weiterentwickelt. Irgendwann kam Dolby Digital auf den Markt. Die hatten dann schon ein großes Frequenzspektrum auf allen Kanälen. Dann kamen noch mehr Kanäle. Ich muss sagen, wir sind da jetzt auf einem Niveau, wo so ein Surround-Receiver, auch preisklassengesehen, gar nicht mehr hinter so einer Mehrkanalkomponente da hinterherhinkt. In dem Gerät muss ja alles digitalisiert werden, damit ich überhaupt so einen Mehrkanalklang bekomme, der ja nativ erstmal nicht da ist, sondern über einen Prozessor halt wieder aufgespannt wird. Das heißt, auch wenn ich hier analog was anschließe, dann geht das in diesen Prozessor rein und wird digitalisiert. Das heißt, da muss ich schon große Obacht legen nach den gleichen Prinzipien, die ich auch im High-End anwende, dass dieses winzige Signal sauber gepflegt wird, bei den Endstufen ankommt und auch die Endstufen dann so arbeiten, dass dieses Signal nicht verfälscht wird. Weil da kann ich irgendwann an dem Signal so lange elektronisch und digital rumfummeln, mein Ergebnis wird dadurch nicht mehr besser. Und wenn ich hier eine hoch aufgelöste Datei reingebe, sagen wir mal, ein ganz normales Title-Streaming, dann habe ich auch ein gutes klangliches Zweikanalergebnis. Und wenn ich mir überlege, dass das Zweikanalergebnis so gut ist, bedeutet das auch bei dem Wandler, der da eingebaut ist und der Gesamttechnik, die hier eingesetzt wird, auch mit dem Dirac-Einmesssystem, dass ich einen wahnsinnig vollmundigen, guten, natürlichen Klang auch über alles bekomme. Und das ist was, was mich persönlich besonders erfreut. Das war auch mit der Grund, warum ich hier die ARKAN-Geräte unbedingt testen wollte. Die Dirac-Einmessung ist etwas komplexer als eine vollautomatisierte Odyssey-Einmessung. Dafür habe ich aber auch die tollsten Möglichkeiten. Ich kann kostenpflichtig zum Beispiel auch noch bei Dirac so ein Bus-Management-System mir kaufen. Da lässt sich das auch alles noch perfekt an den Raum anpassen. Und da spreche ich wirklich vom Raum. Ich spreche an der Nützlichkeit, nicht nur ein Mehrkanal-System räumlich so einzustellen, dass ich Spaß habe von der Abbildung her bei Filmen und bei Musik, sondern dass ich hier gleichzeitig auch noch die Probleme, die ich im Raum habe, damit gelöst bekomme. Und das ist, denke ich, der größte Unterschied, den wir hier haben. Ja, Software ist extern. Ich bin abhängig davon, dass es Dirac auch gibt. Es gibt noch für viele Jahre, aber das Ergebnis ist weit von einer automatisierten Standard-Einmessung entfernt. Gerade wenn ich mir da ein bisschen Mühe gebe oder wir uns als Händler bei der Installation da mehr Mühe geben. Dann kann es sein, ich habe eine große Standbox, die mir bei 80 Hertz eine riesen Dröhnenfrequenz im Raum produziert. Die bekomme ich weg. Und zwar so, als wäre sie nicht da. Man hat eine perfekte Wiedergabe. Und das mache ich noch in verschiedenen anderen Bereichen, was den Nachhall angeht. Und habe ein fantastisches Ergebnis. Also, ich habe den Mehrkanalklang, ich habe die Raumkorrektur und ich habe mit den ARCAM einen unfassbar guten Stereoklang. Das war es auch schon für heute mit dem HiFi Deep Dive. Diesmal in Sachen Surround unterwegs mit den ARCAM Receivern, die in Stereo und in Surround wirklich herausragende Eigenschaften haben, wie sich hier gezeigt hat. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten viele Informationen mitnehmen. Noch mehr Details zum Produkt finden Sie direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier eine HiFi oder Surround Komponente vorstellen. Bis demnächst.